Es war immer schon mein Blick darauf, dass es ja begabte und talentierte Menschen gibt und einige von denen haben eine geistige Behinderung. Und das hat mich bewogen, zu sagen, wir müssen einen Raum schaffen, wo diese Kreativität und Begabung umgesetzt werden kann. Und dadurch ist dieser Verein entstanden und ein paar Jahre später auch dieses Atelier hier, was wir von der Woba bekommen haben. Der Zinnober Kunstverein bietet Menschen mit geistiger Behinderung die Möglichkeit, ihre Kreativität auszuleben. Wir wollen Kunst in reinster Form, so wie der Künstler das umsetzen möchte. Das wollen wir hier verwirklichen. Da, wo wir uns vielleicht ins Gespräch begeben mit dem Künstler ist, welche Technik er anwendet, was könnte er für eine Technik noch dazunehmen. Die Kunstwerke selbst bleiben so bestehen. Und sie werden ausgestellt im Atelier in der großen Diesdorfer Straße 166a, das gleichzeitig auch eine Galerie ist. Darum stehen noch die Namen an den Kunstwerken, auch oben drüber, die Vitas hängen aus. Schon dieser Raum, der auch öffentlicher Raum ist, kann jederzeit besucht werden. Außerdem bewirbt sich der Verein für Kunstmessen. Bei der Kunstmitte waren die Künstler und Kunstwerke des Zinnober Kunstvereins erstmals 2020 vertreten. Ich habe im Vorfeld angerufen, weil ich gesagt habe, geht es denn auch, dass so ein Verein wie wir mit dem Hintergrund sich bewirkt hat. Ich sagte, das spielt für uns keine Rolle. Bewerben Sie sich, sind die Bilder gut, werden Sie genommen. Das haben wir gemacht voriges Jahr und sind angenommen worden und haben wir dann in der Stadthalle die letzten Tage ausgestellt, bevor die Stadthalle umgebaut wird. Und das war ein Riesenerfolg. Und was uns für wirklich ein Stück geadelt hat, die ersten vier Bilder, die wir verkauft haben am ersten Abend, wurden nicht von Besuchern gekauft, sondern von den dortigen ausstellenden Künstlern, die den Rundgang gemacht haben und gesagt haben, das will ich haben. In diesem Jahr stellt unter anderem Thorsten Klotsch seine Werke bei der Kunstmitte aus. Er malt eben diese Gesichter, ob auf Karton oder auf Leinwand oder auf Sperrholz. Und letztens hatte ich nochmal ein Buch gesehen von Moritz Götze, den Künstler aus Halle, der ja auf Emaille, mit Emaille umgeht. Und da haben wir gefragt, wo ist das? Im Muldental zwischen Leipzig und Dresden. Sind wir hingefahren und mitten in den Produktionsprozess zwischen Ofenrohren und Straßenschildern, wo Emaille wird, hat man uns einen Platz eingerichtet, man hat die Bilder von Thorsten Klotsch gescannt, aus dem Blech ausgeschnitten mit Laser und dann konnten wir die Farbaufträge machen, das ist so wie Schlicker, das ist das Emaille, fortgebrannt. Und so ist eine völlig neue Kunst entstanden, Emailleschilder, die auch das allererste Mal zur Ausstellung, zur Messe gezeigt werden. Die letzten Vorbereitungen für die Kunstmitte in den Magdeburger Messehallen sind in Gange und die Vorfreude ist riesig. Und dann einfach diese tolle Messeatmosphäre erleben und ins Gespräch kommen. Und die Gespräche sind immer total spannend, weil hinterfragt wird, wo kommt die Kunst her, warum, wo seid ihr? Uns bringt wirklich die Messe vor Ort, die Kunstausstellung vor Ort in der Region, das bringt uns wirklich weiter. Klar, wenn wir einen Münster ausstellen, ist das toll. Aber in der Region, dass die hier wohnenden Menschen und Künstler wissen, uns gibt es, das finde ich als ganz einen wichtigen Part für unsere Arbeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017